Eieiei, ich werde schon mal, ähm, ich tu mal ein paar Sachen in die Truhe und verarbeite die, dann komm ich runter. Uiuiui, ein bisschen... Eisen. Bisschen nass gemacht. Mach mal hier mal zu. Ja, mach ich. Mach ich da. Da war links. Da war links. Da war links, äh, Eiswelt. Ja, mittlerweile, also unten kommen die beiden Welten zusammen. Also entweder wir verpissen uns hier von der Welt und gehen ganz woanders hin, nach links, wo wir auch schon ganz... Also hinter der Eiswelt war ja theoretisch Land, wo wir runtergehen können. Da, wo damals die Spinnen waren. Oder? Wir wurden unter links. Sag mal, Jungs, ich komm gerade oben, äh, wir haben noch ganz viel Eisenbarren. Hat jeder ne Eisenrüstung? Ja, das hat jeder. Jo. Danke, Longstie und Abo. Twitter hab ich ansichtlich weggelassen, weil die Leute jetzt nicht... Weiß ich auch nicht so genau. Was ist denn? Alter, wie viel Bullshit wir hier drin haben, ey. Leidet doch nicht einfach alles in die Truhen. Ja, ähm, äh, äh, das find ich jetzt aber ne ganz gute Frage, wo wir denn jetzt hier gerade uns hingraben. Na komm, mach wir auch. Also im Endeffekt in unserem Tod, oder? Geil ist, ich hab auch noch, ich hab ne Recall Portion, weiß. Wie ging das nochmal, dass man Sachen automatisch... Warum hast du das aufgemacht? Weiß ich nicht. Oh oh. Du bist ein ganz schöner Monge, weißt du das? Okay, danke. Tanks, Leute, ich hab meine, meine Hosen gar nicht angehabt. Sag mir das doch einer. Ich bin ohne Hose rumgelaufen. Ja, das war so ne peinlicher Moment, weißt du, niemand wollte was sagen, aber jeder hat so... Nicht jeder hat hingeguckt, weißt du. Schämt, angeguckt. Ja, ja. Kenn ich. Ach, Hadi, jetzt mach das doch nicht auf! Warum denn nicht? Weil alle sterben. Ja, weiß ich! Das ist doch hier nicht mehr lustig in dem Spiel. Was, denn knall ist das lustig? Ja, dann lass, ich bin dafür, dass wir ganz hinter die Eiswelt gehen, da links. Der Rest kann weg. So wie letztes Mal. Christian gehen, ja. Ja, ich bin im Haus. Hat ja keinen Sinn hier. Ey, wie weit ist die Nacht? Seht jemand den Mond? Ja, es ist... Achso. Schade. Cool. Ah, da hat sich ihn auch. Cool! Wie verpassen wir das immer mit der, mit der Nacht? Ist mein Controller runtergefallen. Boah, ich mal jetzt das Fenster auf. Scheiß auf Nachbarn. Kein Venti an, Fenster zu. Ja, ne, ist klar, ey. Ja, und drei Bildschirme und vier Lichter am Laufen. Da gibt's auch mal. Vielleicht sollte ich das Gold noch abgeben, bevor ich hier jetzt schon zur nächsten Hülle laufe. Vielleicht können wir uns jetzt sowas machen. Ich hab's ganz nicht. Äh, es gibt doch nicht die Luft. Ja, Mensch. Mensch. Ich würd's jetzt zwar, aber ich bin da. Mensch. Äh, haben wir noch Eisenbahn, Christian? Ja, die nur Truhe. Alter, ihr seid gar nicht so viel weiter, oder? 97. Ja, aber Eisen brauchen wir halt nicht mehr. Was? Ja, find ich gut. Seid ihr schon weiter als Eisen? Ja, wir sind gerade, wir sammeln gerade alle Gold. Danke, Knopf. 44. Boah, guck dir das an, Johnny. Sepp ist beigetreten. Ja, nicht denn? Ohne das Passwort zu wissen. Krass, ne? Ich verarsch mich doch nicht damit. Ich hab aber die ganze Zeit das letzte Passwort vom Guest letztes Mal benutzt. Das ist unser Standard. Ich wusste davon jetzt zu. Wem muss ich denn Gold geben? Was? Der Truhe. Ja. Welcher Truhe denn? Was habt ihr denn hier für einen coolen Schiff? Ah lol, du meinst die Goldmünzen oder was, ne? Nein. Stimmt, Sepp könnten wir eigentlich mal ausrüsten noch. Mach mal einer bitte die Truhe zu. Weil Gold eher ist. Ja, pass auf, dann mach ich mal kurz den Bauer, ja? Und ich baue mal kurz das ein. Schmeißt mir mal ruhig alle Ärzte zu. Das ist für mich, das wär voll nett. Äh, der Erd zu. Warte, ich mach mal fang an. Äh, wo ist das Bram? Da, Bram. Peter sagt nur noch Danke. Den Rest hab ich grade für schnellstapeln schon. Ja, warum haben wir denn hier ne Chlorophyte-Maske drin? Äh, ja, die hab ich aus Versehen, ähm, mitgenommen. Mitgenommen. Guck mal, hier sind auch Eisenspitze drin, ne Eisenbrust, Eisenschuhe, die kann ich doch nehmen, oder Bram? Ja, ja, das kannst du nehmen. Alter 25 Abwehr, hallo. Du kannst nicht nehmen, Hadi. Was? Äh, noch Leute ganz einfach, so. Hat jemand auch tanzen? Ne, ich mein, was du das jetzt mit den Ärzten, äh, Bram? Ja, ich würde jetzt daraus so viel bauen, wie geht. Ja, ich hab noch Ärzte. Das schmeißen wir zu. Also alles, also tanzen, alles, alles am Eisen aufwärts, interessant. Na, das kannst du irgendwo hinschmeißen. Zack. Geh mal eben Gel sammeln. Zack. Gleich mal wieder ein paar Fackeln machen können. Danke, KVN Edge. Geht jemand schon, Luftballon? Geil. Ja, ich hab einmal, äh, geile Dingerstiftung. Cool. Oh, die Stirn. Ich glaub, dass die Subscriptions mehrfach kommen, ey. Hat noch einer dieses coole, dieses coole Lichtschwert. Das Eisschwert. Da darf ich jetzt nicht gut drauf sein. Ja, ey, das ist immer noch sehr, sehr gut. Krieg ich das wieder? Ähm. Ich hab keins. Ich hab ein Goldschwert. Ich hab nur meins, aber das hatte ich vorher auch schon. Ich hab nur meins. Das ist ja wahrscheinlich auch selbst. Ja, kann gut sein, dass das selbst ist. Bist du das? Ja. Danke. Das war nämlich ziemlich cool. Den Umbrella, der hier in der Kiste ist, den könnt ich haben, oder? Nimm alles, was du findest. Ich wusste gar nicht, dass wir da noch ein Umbrella haben. Sepp, du bist eigentlich, äh, du bist übrigens ziemlich leise. Umbrella. Ella. Ella. Ey. Kann ich nicht mehr lauter stellen. Echt nicht? Nee. Ich hab... Ich hab... 9. Ich auch. Gut. Hat jemand weniger als 9? Wovon? Rüstung. No. Das ist ja mein Mikro ist schon auf 100%. Okay. 13 hast du, alter. Ich hab drei. Ich hab die Ninja Kapuze, Ninja Hemd und die Tanks. Ah lol. Und ich hab das Royal Gel mit plus 4 Abwehr. Okay. Gut. Also insgesamt hätte ich 1, 2, 3, 4, 9. Normalerweise. Warum? Wird einer sagen? Was denn? Warum ich den Umbrella nicht platzieren kann unten bei meinen Ascestraten? Den musst du aktiv nehmen. Okay. Tanksen ist auch shit. Ist nur ein bisschen besser als Eisen. Wie setzt sich den aktiv? Wenn der mit denen benutzt. Ab deinem halt aktiv hast. Ach so. Ach der ist gar kein, äh, Dingens. Ich dachte das wäre so einer wie du hast. Nope. So. Dann, äh. Moment. Christian. Mal ne Hose. Juhu. Sepp. Mal ne Hose. Mal weg. Wo ist Pitta denn hin? Pitta, wo rennst du eigentlich hin? Ich bin ja ein bisschen am chillen draußen. Bisschen am killen und chillen. Weißt du das ist mein neues Lebensmotto. Killen und chillen, Junge. Gut. Dann bring ich dir die Maske mit. Was ist das für ne Maske nochmal? Hangsten. Ach so. Und dann ist es heute ein bisschen besser oder was? Guck mal, macht 4 Abwehr. Okay. Tangsten macht 4 Abwehr. Guck mal, gleich Zin, Eisen, Leicht, Lied, Tanks, gleich Silber, Gold, gleich Pladin. Guck mal, wir haben ein Opfer gefunden. Boah, den mach ich 7 Schein. Das bringt mir jetzt natürlich nicht hier Tangsten anzuziehen, weil dann hab ich gleich viel. Mein Gott. Ja, bei der Fruchtbund ist dann Flötengeld, was? Ja. Ja gut, aber kannst du auch bewahren. Oder irgendwo hinlegen. Gut, ja dann ab nach Peter oder was? Ja? Ja, das ist ganz gut. Ich glaub hier ist ne fliegende Insel. Ja, aber da können wir ja auch noch nicht gegen kämpfen. Da sind halt die mega starken Viecher drauf, oder nicht? War da nicht diese Drachen? Diese... Ah, die Drachen kommen erst, wenn man dieses Corruption-Ding auslöst, oder? Ja, stimmt. Ah, das ist halt die fliegende Insel, wo du drauf hast, Jay, oder was hier? Das ist nämlich so PC eingezogen. Egalius verkauft die DTS-Meter. Voll witzig. Oh, du hast den Trick gesehen. Haben wir eigentlich irgendwie noch Gel oder sowas? Ich hab nämlich gar keine Fackeln mehr. Hier vielleicht auch mal ein bisschen Fackeln holen sollen. Ich hab grad Fackeln gekauft. Voll geil, dass hier auf der fliegenden Insel ein Händler eingezogen ist. Ja, das ist die Insel, die Jay schon abgecheckt hat. Ja, wo kommen wir denn dann jetzt hin, oder wo was haben wir denn? Wir wollen nach links jetzt Sachen fahren. Also Gold und höherwertiges. Ja, die muss gar nicht hochkommen, hier gibt es nichts zu holen. Nein. Aber es sind trotzdem die richtige Richtung und die wir uns jetzt bewegen. Doch, ganz viel Tankschen. Brauchen wir noch Tankschen? Nee, ne? Tankschen können wir auch haben, ja. Tankschen ist auf der Insel, wo ich drauf war. Echt? Der bruttet hat mal ab da oben. Oh Gott. Haha, jetzt sind wir gerade runtergesprungen. Ich meinst du, wenn es das der geileste war? Ich hab da gerade ehrlich gesagt gar kein Tanks gesehen. Ohhhh. Könnte man auch shiften? Ich, äh, lol. Achso, ich hab noch keinen Graveling Hose. Oh, das ist blöd. Der war in der Truhe drin. In der Truhe ist einer drin. Noch einer dahinten. Ich hab noch einen bei mir im Inventar, den kannst du haben. Das ist doch cool. Oh, Jay hat einen fliegenden Teppich? What the fuck? Wieso Jay den ganzen Shit? Ich weiß nicht mehr, wie früh du letztes Mal abgehauen bist. Wir haben ja, glaube ich, bis zwei oder so noch gestreamt. Der ist übrigens eine fliegende Insel, wo ihr seid, wo ich... Doch, da war ich schon. Na ja, das ist... Na ja, das ist... Hier ist der Typ, der die, äh, der den Mini-Heil verkauft. Ja, richtig. Der ist hier nämlich eingezogen. Ein Mini-Shark. Neu. Ey, den müssen wir unsere, unser Haus mal ein bisschen aufbauen. Hat der den Mini-Shark? Verkauft der den schon? Oh, hier ist Gold auf der Wiese. Ja. Ja, genau. Habt ihr euch den schon gekauft? Ja, hab ich den. Ja, zweimal. Womit schießt der Mini-Shark noch mal? Mit Kugeln. Gesundheit, Peter. Dankeschön. Oh. Oh. Ach, ein Teleporter habt ihr auch schon. Oh, Junge, Junge, ey. Ja, nehm dir so ne, äh, Potion mit. Ne Recall Potion einfach. Wir haben da 15 Stück oder so. Kannst du mir die mitbringen, ey? So, pass auf, jetzt machen wir mal 2-1-Risiko. Mal gucken, wie weit ich bis zum Boden komme. Eins, zwei, drei. Uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Boah, Christian. Das war ja richtig krass, Alter. Wär eigentlich noch ein bisschen besser gegangen. Ach, komm. Ich hab Schiss in der Buchs gehabt, ja. Wie kann denn das sein, dass unser ganzes Gold weg ist? Ich hab das Bram gegeben. Nein, nein, unser Goldmünzen, sorry, Goldmünzen. Wahrscheinlich, weil wir gerade 100 Mal gestorben sind. Was sterbt? Ich weiß ja nicht, wo meine... Wir hatten die zu viele Mal in der Truhe, ich hab die da immer hingesetzt. Ja, als ich die da reingelegt hab wahrscheinlich. Ich hab die nie rausgenommen. Also eben hatte ich noch 5 Gold, dann bin ich mal gestorben und dann weiß ich nicht mehr, wo die hin sind. Wieder? Ja, die verlierst du dann, oder? Ja, aber die hab ich ja wieder aufgenommen, oder? Nee, nee, du kannst... Da wird auch was zerstört. Ah, nee, dann... hab ich 5 Gold verloren. Na, ich bin sexy Hexy hier mit meinem Winterkopf. Lauf wir jetzt weiter nach links, oder nicht? Ja. Also, Seth, was soll ich hier mitbringen? Äh, Teleport. Ich bin heute mal ein paar Queues bei Steam durchgegangen, im Steam Store. Da kann man sich ja angucken, beziehungsweise Spiele vorschlagen lassen. Das ist ja echt krass, wie viele Terraria-Klone es gibt. Ja? Ja. Okay. Ich hab noch nie von gehört teilweise. Das ist der höchste Starbound. Ein paar Leute waren sehr echauffiert darüber, dass wir Terraria lieber mögen, weil Starbound ja angeblich, äh, Terraria in 1000 Mal besser ist. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich hab noch gar keine Ahnung. Wir haben schon lange rein geguckt, aber... Ja, vor allem... Also, besser oder schlechter, keine Ahnung, aber wir haben halt da immer unser Solo-Ding gemacht. Vor allen Dingen ist Terraria... Die Terraria-Entwickler sind halt auch mega sympathisch, dadurch, dass die so unfassbar... So, gehen wir jetzt hier in der Wüste runter? Ne, scheiße, in der Wüste können wir nicht. Ne, wir wollen ja auch nicht in die Wüste, oder? Ja, wohin laufen wir denn dann? Ah, hier, wo Christian ist. Können wir nicht hier uns runterbuddeln? Ja. Hier ist quasi ein normales Gebiet, einfach. Hier müsste doch auch dein Gold sein, oder? Gold ist doch nicht überall, oder? Ey, Bram, woraus machst du denn die... 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 Snowbells? Der aus dem Schnee, der da, wo wir gerade drüber gelaufen sind. Aus Sand. From BG. Ich hab auch noch... B-B-G. Ja, ich hab... Oh, Christian, wo ist das eigentlich nicht? Ich dachte, wir buddeln uns jetzt runter. Achso... Ne... Von wir uns kommen einfach. Gehen wir hier ein Stückchen runter und dann... Guck mal hier. Ja, kommen wir an zum Buddelchen Eschwald. Jetzt passt es auch wieder da. Christian sieht aus wie, äh... Kali. Warte. Guck mal hier links ist sonst... Warte. Warte. Hat sich weh. Der hat sich schon da untergebuddelt. Das stimmt. Der hat sich schon da untergebuddelt. Das war ich, mein wahrscheinlich. Bin ich tief bisschen gekommen. Kann das sein... Schon ein Stück. Wenn wir letztes Mal hier nicht gestorben sind. Wenn wir hier nicht gestorben sind. Wird gestorben sind. Das war da, wo wir aufhine getroffen sind. Oh, hier ist kein Loch mehr. So, ich komm jetzt nach. Oh, warte, warte, warte. Kann ich mehr weiter bauen. Aber echt schon ein Stück, wa? Christian, du machst das, ne? Nee, aber das war doch. Schön, dass du alles so ausgeleuchtet hast. Ups. Nicht so schön, dass du das... Adi, was sagt denn deine Map? Müsstest du das ja alles, äh... Du wirst das ja sehen können, was hier. Wie viel... Alles cool. Also hier ist noch eine. So weit bin ich jetzt irgendwie noch nicht. So weit bin ich jetzt irgendwie noch nicht. Ich hab das ja selber auch nicht auf der Map. Hast recht. Ich auch nicht. Aber irgendeiner von uns war auf jeden Fall hier. Kann sein, dass ich da war. War da auch unser Piguin-Franzi. War nicht schlecht. Ja, äh, Jay, das müsste dir doch auf der Map angezeigt werden. Wahrscheinlich war Peter hier. Nein, meine Map ist, äh, Lea. Was ist das? Und meine ist hier auch Lea. Ja, komm, komm. Stimmt, ich war da, als ich das letzte Mal weitergespielt hab. Das ist mein Name. So. Geht's da rein? Ja, ich seh da was. Da ist ein bisschen Tanks. Das Tanks ist nicht so geil. Besser als nix. Boah, gut, dass das nicht so tief war. Immerhin drei Tanks. So. Wie tief müssen wir denn, damit wir... Keine Ahnung. Ist ja so. Ich weiß nicht, schon rechts geht noch weiter, ne? So tief es geht, würde ich sagen. Ey, mir ist doch wieder zugebaut worden. Hier vorne ist eine große Höhle. Danke, Mann, oh nein. Ich hab dir gerade aus Versehen mein Schwert geschenkt. Also nicht geschenkt, sondern nur gegeben. Warte, Bram. Hast du mir dein Schwert geschenkt? Nein, ich hab mir das aus Versehen gegeben, hab ich dir das. Oh, das ist doch gar nicht. Ja. Aus Versehen, sagt er. Aber da kommen die Kleinen alle raus, ne? Ja, da kommen die Kleinen alle raus, alles ist gut. Oh! Warum wird gerade die ganze Zeit 123? Ja, aber check ich auch nicht. Gab es eine Donation, die du vercheckt hast? Nein. Nein. Bitte auch noch nicht. Ich hoffe nicht. Hey Leute. Das wäre ja bombenspaß. Hab mal 1,2,3, ist weit anders wahrscheinlich.